Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Leute, heute gibt es einmal wieder Fehler, Fails und zerstörte Sachen. Und zwar all das Ganze in diesem Video. Also, wenn ihr was Neues lernt, wenn ihr was Neues gesehen habt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es wollt, Leute, ihr müsst nicht. Ihr könnt auch gerne disliken, aber das Ding ist, niemand sieht es. Leider, danke YouTube. Naja, auf jeden Fall gucken wir uns das Video auf dem Kanal von Trendspot an. My dad is gonna be so mad. Mein Vater wird so sauer sein, dass ich das getan habe. Also Leute, let's go. Hey, what's up guys? Trendspot hier. Today we're looking at expensive mistakes caught on camera. Die teuersten Fehler aller Zeiten. Showing off a Lego motorcycle, which took 135 hours to build. I'm guessing they didn't secure to the ground properly because he barely touched. Gott. Ja, es ist ja auch eigentlich nicht dafür gedacht. Man sieht ja, das sind die Seile. And this happened. One of my favorite bits is the suspension and the engine on this. Oh Gott. Oh no! What have I done? Also aus Prinzip würde ich den in die nächste Runde bringen. Einfach aus Mitleid in die nächste Runde bringen. What did you do? That was dramatic. We can fix it? Das dauert noch 136 Stunden. This river dam collapsed and flooded a huge area below it while draining the river above. The cost to repair this will be about 35 million dollars. How are they going to get all that water back up? It would literally take you. Wie kriegen wir das Wasser wieder hoch? Ja, einfach abwarten, bis der nächste Regensturm kommt. Gott, Leute. Das soll 135 Millionen kosten. He wants to take a Porsche Taycan for a test drive, when he just goes straight through the glass doors. Noooooon! Does he not know, which one is the brake pedal? Noooooon! He could have just asked, is that the gas pedal before pressing it? I have no other words. Does this cat really like the taste of MacBooks? It will never know the damage it has just caused. Das macht mich wirklich sauer. Warum müssen Tiere denn so viele Sachen anknabbern? Vor allem, warum muss die Katze denn gleich... Was ist denn an dem MacBook so lecker? Das Glas? Schmeckt das so gut? Und dann greift sie noch weiter. Und dann greift sie noch weiter. Und dann greift sie noch weiter. Do these guys know what they are doing? Oder ist the delivery truck actually broken? Äh... Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Die gesamte Garage wurde geflutet, ne? Und so viele teure Sportwagen sind da drin. Ich seh da ein Ferrari. Ich seh ne Corvette. Ähm, ist das ein Mercedes dahinter? Das ist über 6 Millionen Dollar worth of Supercars, which were in a flooded garage. The insurance company is not gonna like this. In this clip, a fancy Mercedes is driving through London and this guy is really upset at it for some reason. Oh, was will er denn gegen den SLS-AMG-Fahrer machen? His emotions overwhelm him and he decides the window deserves a punch. But will he break it? I bet his hand did not appreciate that. I bet his hand did not appreciate that. These guys are driving a Lamborghini through London when a random jealous man runs up, kicks the car and runs away. The driver is not going to let them get away with this, so he chases him down. It is really sad that someone would even do this. Yeah, this is just a nightmare, really, Leute. This is just a nightmare, really. Ah, it's very traurig, that's to see. Oh, there is this guy, ey. Weg with him, Alter. Weißt du, stop it. Ja, my God, really. What I can say is, Leute, auch wenn es, klar, mittlerweile viele sagen, das nervt und so, ey, lass dir doch ihren Spaß haben. Du bist in der Innenstadt, da ist es laut, da kann es so passieren. Du musst jetzt nicht ultra knallen und so mit den Autos, aber ey, viele Leuten gefällt das. Ich mag das, ich mag das. Ich möchte, dass er das macht, so, also habe ich ein Recht drauf, so. Zum Beispiel, wenn er das macht, so, ich fühle mich nicht dadurch genervt oder sowas. Man merkt, dass die Leute genervt sind. Das ist in London, man sieht hier diese Doppeldeckerbusse. Und eigentlich sind die dort gönnerisch. Also gönnerischer als in Deutschland zumindest. Und wenn man dann aber sieht, ey, der Tritt hier gegen Lambo, das ist die Straftat. Ja. Der lässt sich dann nicht gefallen. Aber ein nicer Mantel. Alter, die diskutieren das jetzt aus. Nein, nö, ruf mir jetzt... Hat der da jetzt echt einen Kratzer hinterlassen? Nein, du hast es nicht, aber ich habe es nicht gesehen. Aber du musst nicht kommen und kippen die Leute. Ich entschuldige, Mann, du sagst mir, warum du das gemacht hast. Ah, und plötzlich, plötzlich wird der weich. I apologize, ich entschuldige mich. Ich habe nichts kaputt gemacht. Es tut mir leid. Ja, Bro, weißt du, wie teuer so eine Tür wäre? Wie teuer so eine Tür zu reparieren wäre? Bei einem Lambo? Weißt du, was er richtig machen könnte, ist zum Beispiel, er klopft an die Scheibe und sagt, Entschuldigung, kannst du bitte leise sein? Hey, das ist super nervig. Weißt du, so, nervt mich extrem. So, und dann wieder, dann reagiert es halt, naja, werden wir sehen. A Lamborghini is racing on the street, being very loud, and there's a man nearby who has grabbed a rock. Now, I understand the car is loud, but really a rock? I think we know, what? Nein, nicht a rock, sondern the rock. The rock hat er geworfen, nach dem Lamborghini. What is about to happen? Oh, nice. Schöner Aventador, ne? Oh, oh. Keep racing. Keep racing. Keep doing it. Oh mein Gott, er hat halt wirklich einen Stein hinter ihm hergebracht. Oh mein Gott. Alter, wirklich, wirklich, wirklich. Das Lustige ist, er will ihm schaden, ne? Aber es wird ihn am Ende viel härter treffen, als es ihn getroffen hat, weil er das zahlen muss. Und die Versicherung wird nichts bezahlen. Keinen Cent. Gar nichts. Just hearing that, you can tell, it'll be a very expensive repair. For some reason, everyone here is mad at this Mercedes. Probably because it is revving the engine and being kind of loud. But this... Lol, ist da nicht die Polizei direkt davor? Und der macht hier so Geräusche? And decides to scratch the car and then walk away. Oh mein Gott. Er will ihm das Auto zerkratzen und abhauen. Er ist schon wieder in London. Ist schon wieder in London. So, Polizei... Das ist jetzt eine andere Sache. Polizei sagt, stopp hier. Das heißt, jetzt musst du dich an die Verkehrsordnung halten. So. Ey. Das Widerstand gegen die Polizei. Ich nehme alles zurück, Leute. Der Typ versteht einfach nichts. Jetzt kommt Polizeiverfolgungsjagd. Aber die Ampel ist rot. Bro, du hast gerade mehrfache... Nervere... Wirklich, was ist das? Aber wenn die Frau jetzt das Auto zerkratzt, während die Polizei davor ist... Oh mein Gott. Der Typ hat das Auto zerkratzt. Von dem Mercedes. Nicht von dem. Von dem Mercedes. Während die Polizei da ist. Och nee, Alter. Ja. Die Polizei hat das sogar gesehen. Ah. Ey, der Polizist ist aber auch echt so lost, ne? Was ist passiert mit dem? Nein. Nein. Ich nehme die Pfeil. Ich nehme die Pfeil. Ich nehme die Pfeil. Aha. Hast du es gefilmt? Ich werde dein Handy jetzt konfiszieren. Das ist aber nur... Äh... Nicht, weil er das nicht filmen darf. Sondern er hat den Beweis gefilmt. Das ist das dafür Also nochmal Leute Did you film it? Och ne Und der sagt Du wirst mein Handy jetzt nicht konfiszieren Bro er will die Aufnahme sehen Er will sehen Dass das Auto zerkratzt hat Man hat es doch im Video gesehen Warum gibst du das nicht der Polizei? By the way die Polizei darf das Die darf das Und vor allem Er hat gesagt Es ist gefilmt Es ist unglaublich schwer Und sie müssen es auf diesem kleinen Auto setzen Erstens versucht sie den Auto setzen Und der Pott ist nicht bewegt Es ist schwerer als der Auto Also das ist das dümmste Was man jemals gesehen hat Das dümmste Dann versucht sie den Pott auf So Das ist wirklich das dümmste Was ich jemals gesehen habe Unglaublich Unglaublich That does not work Finally they try to stand it up On the truck And Und jetzt denken die so Oh nice alter Jetzt erstmal Und jetzt Seid ihr stolz drauf Das war eine terrible Idee Wir kriegen ein Cookie Leute Vielen Dank Ey Leute Damit würde ich sagen Das war es auch von diesem Video Ich hoffe es euch hat gefallen Lasst mal gerne ein Like da Abonniert den Kanal Wir sehen uns im nächsten Video Ids Haus Haut rein und ciao